moin leute willkommen zu neuen video auf meinem kanal zwar heute wollte ich nur noch sagen heute ist der vorletzte part also part 9 den letzten part koop mission werde ich live streamen und zwar die letzten 100 kills werde ich live machen dann kriege ich ja nicht mal ein darf maus gehen dann tue ich ein bisschen mit denen ein bisschen spielen bisschen zeigen wenn euch das video vielleicht gefällt oder so also ich werde jeden fall also ich sage wenn ich sagt letzter part ich habe es doch jetzt bisschen überlegt die anderen restlichen parts wenn ich davon habe werde ich auf der auf der hellen seite auch zwei skins freischalten die auch nicht voll einfach sind wie bei darf maul und so part 10 werde ich live streamen wie schon gesagt wegen darf maul tja dann spiele ich mal ein bisschen off screen bis ich 1900 kills erreiche ja genug gelabert jetzt geht es los ja braucht es denn haben die gefundene ja 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 eigentlich sollte bei meinem letzten video das ich gerade gemacht habe ja fort hält sollte ein anderes funkel sein aber komischer dummerweise war es nicht drauf ganz irgendwie dumm jetzt ey Das ist einfach mit so einem Spaß. Das kann ich nicht freischalten jetzt, Mist. Ich weiß, ich bin ein bisschen schwerer. Ich wollte sagen, heute kommt die Doppelfolge. Ich glaube, heute ist es so weit, dass ich heute diesen Skin kriege. Wenn nicht, dann halt morgen. Weil es will nicht mehr so viel. Ich habe hier dieses, ich habe dieses, ich habe dieses, ich habe dieses, Alter. Oh, das war ein Headshot. Oh, Mist. Oh, Mist. Du blöder Sniper. Oh, extra Leben, nice. Danke. 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 Okay. Oh, nice. neue Charakter spielen ich hab Punkte so voll ich dachte wenn er voll auflädt, dass er die One-Hit macht, aber irgendwie scheint es nicht zu Lass die Biene doch Wollt's gar ne Biene Leute? Ich möchte nur raus Wenn ihr mich nur entschuldigt Leute wir haben ein wichtiges Problem gerade Was ist? Wo ist sie? Ja Sarah, komm spiel du kurz meinen Controller okay? Ich versuch sie rauszuholen, aber nur bewegen Wo ist sie? Wo ist sie? So Die ist voll groß Ist es eine Vespa oder so? Ich möchte nur raus Ist da ein Verirat? Nee, Sarah nicht so ganz Komm Hast du auch Angst? Was? Wie soll man weg? Ah Sarah Was ist es? Nee, das ist ein Fliegel Das Sarah, wenn die weg ist, dann sag Bescheid So Oh no Ich will zu dir Ich kann das nicht so gut sehen in die Necken Das wäre eine unsichtbare Wand Wir müssen Bär erobern Wir müssen Bär erobern Die will die Coca Cola trinken Ach Sarah Schnell verteidigen Schnell verteidigen Oder willst du die Coca Cola und das alles ausbringen? Ja Komisch Wir machen noch eine Runde Leute Nur wegen der Biene haben wir es verkackt Ich bin eine Psyne 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 Ich bin eine Psyne 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 Interessiertest du dich nicht, dass du flieg auf deine Schulter Ha Ich bin eine Psyne Psyne Sehr leise Sarah Wussi? Sehr leise Hla Ähh O Huh Sophia Oh Ah Hm Ja Es zwar wegen der Biene is nicht so ein ganz großer ja Garnit Will es schon ner Biene sein Kann auch schlimmer sein. Ich wollte ja abquaten. Hä? Ich brauche nur eine Stufe. Wo ist die Bide denn? Ich weiß. Sie ist Klappin. Ich glaube, sie ist im Wäschloch schon. Schon. What? Ach, Sarah. Ich glaube, sie ist im Wäschloch. Wo? Ich glaube, sie ist im Wäschloch. Ja, sie ist im Wäschloch. Sie ist im Wäschloch. Sie ist im Wäschloch. Servus. Ich glaube, sie will den ganzen Saft davon abhängen. Erhängen. Ich glaube, sie will den ganzen Saft erhängen. Nee, das ist eine Wespe. Ich habe eine Idee, Sarah. Ich habe eine Idee. Hat nicht so schönes Gesicht wie ich. Dann wusstest du nicht, dass sie mitmachen wird. Ich wünsche mir nur Glück. Ich wünsche mir nur Glück. Du musst das mal aufmachen, okay? Mach das auf. Ich muss die Frau ausbauen. Sie ist immer noch im Wäscher drin. Ich wollte nur... Sie ist immer noch im Wäscher. Wenn du gestochen wirst, ist es nicht so schön. Also ist es gar nicht schön. Nur ein Wespenstich. Dann ist es schnell raus. Bring mir dieses Vieh aus dem Wäscher. Sie ist raus. Sie ist raus. Hast du dich erschrocken? Ich wollte nicht gestochen werden. Hast du dich erschrocken? Nein, die sind hier rein. Ich bin wieder da, Leute. Ich habe die Biene rausgebracht. Egal. Auf jeden Fall ist sie jetzt draußen, Leute. Ich habe gemerkt, dass sie jetzt in der Weste ist. Die Biene ist kleiner. Das sieht anders aus. Die Weste ist wohl ein bisschen Rohlstock. Guck mal, wenn die Folge gerade ein bisschen chaotisch ist. Wegen dieser Biene und so. Tut mir echt lau. Oh mein Gott, wie nice. Aber egal. Ich hoffe, das hat nichts gemacht. Ich hoffe... Ach, wie was hoffe ich? Alter, warum sterbe ich die ganze Zeit? Sarah, das war mutig von mir, wo die rausgeflogen ist. Stimmt's? Ja, wirklich. Danke. Sie nicht gestorben werden. Ich weiß, ich hatte so eine Idee. So eine gute Idee. Weil, Leute, ich habe die rausgemacht. Und zwar war sie im Becher. Und... Oh, Mist. Dann habe ich so ein Tuch genommen, habe das Becher. Weil, dann wollte ich dieses Becher runterfallen lassen, weil ich hatte Angst. Und dann, wo die runtergefallen hat, ist Gott sei Dank die Biene oder Wespe, egal was das war. Ich glaube, eine Biene. Ne, ne... Nicht eine Wespe, sonst hätte sie gleich zu uns gestochen. Das war, glaube ich, eine Biene. Und dann ist sie zum Glück rausgeflogen. Da haben wir jetzt Fenster zugemacht. Die Biene ist viel kleiner. Na und? Aber die hat uns nicht gestochen, die Wespe. Die hat uns nicht gestochen, die Wespe. Ja, die hat uns nicht mal gestochen. Die tun es eigentlich immer, wenn die uns sehen. Warum haben sie es denn? Ja, die haben sie jetzt auch für Nachfragen anwenden. Da ist es ja... Ja, aber... Ich habe schon gewaltt, ich denke... Ich habe das nicht gewaltt, aber ich habe das nicht gewaltt. Ich habe das nicht gewaltt, aber ich habe das nicht gewaltt. Hier. Ah, das ist ja ein Lendi. Ja, das ist ja ein Lendi. Ja. Ich will ja irgendwie alles zeigen, was dieser Lendi verbieten hat und was der Lendi ist. Ich weiß, irgendwie hat es nicht mehr gemacht. Aber wir werden es schon, aber es ist halt viel zu tun. Was machst du in deinem Haus? Du bist nicht in deinem Haus, du bist in den Regen. Du bist auch neu in deinem Haus. Oh! Ich lasse deinen Haar angekattet, Leute. Ich habe Bock, es zu schneiden. Ich habe einfach keinen Bock auf diesen Kacke. Ich mache es einfach so. Die Biene ist einfach ein bisschen daran schuld. Ich bin nur schuld, dass das Video jetzt so kroatisch ist. Und das ist nicht so kroatisch. Ich habe also keine beiden. Gut! Ich bin ein bisschen nervös, aber weißt, was da bei einem sehr schlimmen Verwandten hier ist? Oh, 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 da ist er nicht Glück. Ich bin wirklich crazy. Ich kann jeder nicht sagen. Warum nicht jemand? Hey, was ist hier für das Auto? Ich bin der Kugel. 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 Genau. en Nächste Runde, so die nächste letzte Runde spiele ich glaube ich City ist, da City ist. Ja. Die Chewbacca. Nur so, wenn du nicht killst. Macht nicht so viel Damage. Kriegt günstig. Nice. Mist. Den juckst nicht. Den juckst nicht mal in Lando. Hm. So ein Nubis der Lando wird hier. So ein Nubis der Lando. So ein Nubis der Lando. Nein, nein, nein. die leute am mittwoch werden keine videos mehr kommen fürs erste weil es meinen papa die mitnimmt du die fresse halten die fress du die fresse halten du tust sorry wenn ich so bin aber joda ist einfach eine nervensegel na joda das bringt nichts ja ja Wo siehst du dich aus? Hey! Ich habe den Eintracht auf uns gemischt. Das war das erste Mal in 50 Jahren. Ich habe vergessen, dass ich einfach richtig da bin, wenn ich davon gehe. Tja! Ich bin nicht gut, denn ich bin doch mal auf dem Nachbarn, wenn man euch hier gehört hat. Das haben wir jetzt hier gar nicht auf eingebaut. Ich bin jetzt auf uns eingebaut. Und ich bin jetzt in meinem Hand. So! Ich meine, was ist das heute nicht passiert? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja! 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 Leute, ich will nur noch sagen, nach dem Video werde ich glaube ich meinen Papa mal anrufen, weil ich was Wichtiges sagen möchte. Oh mein Gott, jo. Mein Sohn. So. Hey, das habe ich nicht geguckt. Ich hasse Wookies. Die können einfach durchschießen. Hm. Oh, nicht Verlängerung. Und zum Glück, ich die jetzt habe. Gewohnen. Mann, ich bin auf der Platz. Ich glaube, wenn man jetzt in der Stadt bekommt man eine saftige Belohnung. So würde ich das gar nicht tun. Wenn das keine saftige Belohnung wird, dann weiß ich auch nicht. Ich will jetzt schon das Gras für euch sorgen. Wie kann man in so kurzer Zeit? Weißt du, wenn ich schlafen? Das ist doch so. Wir schlafen. Wir schlafen. Wir schlafen. Wir schlafen. Wir schlafen. Für 6. Was? Nicht dieses. Sondern diese Zahl. Okay. Also nur diese Zahl Leute, okay. ich mache sind kacke ich muss mehr imperator spielen mit den weist ihr leute muss drei sekunden einen gegner und ist schon da und vielleicht die kunden anblitzen wer denkt sich sowas aus ich glaube auf kleiner ständer ja moin ganz safte safte ich will einfach heute noch ins ziel kommen das wäre ganz schön wenn ihr mal eure freunde so richtig abpacken möchtet dann installiert denen einfach diese mod auf dem pc und sagt viel spaß mehr müsst ihr nicht tun wir werden einen super tag haben ich habe es geschafft ich dachte ich es heute noch schaffe 664 sekunden ein paar neue abonnenten neue aufrufe 400.000 abonnenten danke es gibt neue level nach wie sind wir wieder na wie geht es uns heute du glatzen kopf ja wo ist das level dann bestimmt nicht was es schon hier vorbei ich habe mich ernsthaft deswegen erschrocken muss aber sagen das ist gar nicht nur so schwierig jetzt einfach hören wir auf au au ich habe jetzt überlebt ich habe jetzt überlebt du hundegesicht ich hoffe der stirbt dann stirbt der einfach aber ich bin auch so welche vollidioten habe ich gar keinen bock der größte youtuber in der runde zu werden muss ich leider aufgeben es geht natürlich nicht mehr ich kann es nicht mehr lieber hell und eh bei youtube genau das war schön wie viel aber jetzt konsistent noch hot hier kommt hop gut ich wurde wegeteckt Hm. Wie ein komisch Weg ergibt zu werden. Oh, 4.000 Punkte. Cool. Keine Moment einfach. Mit BB 9e bin ich halt voll schlecht. Wollte ich einfach sagen. Geh drauf. Mama. Hallo Mama ich mach grad ein Video. Okay? Hallo Mama ich mach grad ein Video okay? Ein Video? Kein Kill. Weck mit dem. In keinem Moment macht den voll Spaß bis hier grade. Okay. So ein Bot nicht mal den Kill gestickt hat. Ey diese fette Kuh. So ein Video. Und nehmt den Granate und isst es Alter. Brinn. Ja hallo ich mach grad Video. Hast du mich nicht gehört? Hi. Und jedenfalls schönen Gruß von Papa wie er gesagt hat. Ja grüße Papa. Der war mal kurz da um zu wissen ob er irgendwas vergessen hätte. Er ist schon weg. Da hab ich auch noch eine Eishunde. Das ist so gemein von dir. Was? Nur echt das letzte Eis? Ja. Wie? Hast du alle abgedeckt? Hm. Oh mein Gott. Alle Eis auf die Feste. Pssst. Granate, komm. Wir sind hier vieles. Wir sind hier vieles. Pssst. So. Er hat mir tausend Punkte gekostet aber egal. Pssst. 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 Ich versuch's mal mit ihm zu spielen. Er ist bei mir. Ah ich vergesse die Musik auszumachen. Hab ich ja vergessen. Ich vergesse mal die Musik auszumachen. Hab ich das jetzt bemerkt. Ich vergesse mal die Musik auszumachen. Ich dunksbacke. Ich hoffe mal nicht mehr von meinen Gelabere als diese von der Musik. Jetzt krieg ich wieder Ohrbericht. Mal wieder. Ich hab's wirklich vergessen. Diese blöde Musik auszumachen. Schau. Ich hab's noch gar nicht mehr von ihnen die Musik auszumachen. Dann krieg ich wieder so eine Wanderung Alter. Kein Bock. Schau. Schau. Er ist... Klar. Baby. Komm her. Muss man... Ja ich hab' ihn geblitzt. Nice. Wie soll ich die angreifen? Schaustliche Runde. Mann Boah, geht rauf, Alter. Fällst du um? Kein Killer. Kein nicht so schlecht, Ben Asta. Warum heißt diese Frau Ben Asta? Wer hat so einen dummen Namen als Frau? So echt jetzt. Ben. So ist doch ein Mann und keine Frau, Alter. Ben Asta, ey. Ich frag mich, wenn so eine Frau so heißt. Ich versteh das nicht. Alan Dolan, was ist das für ein Name? Erstmal Schild. Ah, verdammt, Chewbacca. Ah, 5VP, 5VP, 5VP. Okay, easy win. Das ist wirklich easy win. Oh. No scope. Oh mein Gott. Ich hab Gorschwun. Boah Granaten. Nice. Okay. Wisst ihr, Leute, hätte ich Imperate bekommen, wäre es nicht so schwer. Aber nee. Nee. Nee, Mama? Wollte ich fragen. Also Mama, das Video ist eh gleich vorbei. Ach, ich sag's dir, wenn das Video vorbei ist. Ja. Leute. Ähm. Ich werde jetzt gleich noch aufs Günderspiel spielen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich daran Lust hätte. Aber ja. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich bin dritter. Egal. Okay, Leute. Ja, lasst ein Like, ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ciao. Leute.